Die Brandstiftung hat ein Strafmaß von ein bis zehn Jahren. Man wird sicherlich wahrscheinlich irgendwo in der groben Mitte beim Strafmaß landen. Ich hoffe natürlich eher drunter. So drei bis vier Jahre wäre dann vielleicht, aber inklusiv der anderen angeklagten Punkte wäre dann vielleicht so für mich als Verteidiger-Sicht die Zielmarke.